Hallo und Willkommen zurück zu einer neuen Folge Layers of Fear. Es kann nicht rückgängig gemacht werden. Was denn? Es kann nicht rückgängig gemacht werden. Und anhalten! Hältst du mal bitte an? Dann nicht. Ah ok, wo sind wir? Irgendwo in Amerika. Ne danke. Warum habe ich kein Spiegelbild? Das kann nicht rückgängig gemacht werden. Ich komme da nicht mehr durch. Ey, ne, Mann, warum? Warum? Und? So, jetzt mal Rito. Ihr könnt sagen, was ihr wollt. Ob das Bild hat was. So, jetzt geht's. Good boy. Remember how you said it would be nice to have a pad so the baby could have someone to play with? Well... I just bought us a dog. Hahaha. Awww. Anscheinend hat sich seine alte nicht drüber gefreut. Aber das Bild hat was. Was? Das wünsche ich mir auch uns, wo uns so mal hängen. Willst du das auch? Was? Äh, ein ehemals großer Künstler. Neues Bild von Punkt Punkt aus Galerie gelacht. Ohhhh. Ohhhh. Das ist nicht gut. Ah, Mann! Ey, Gänsehautfaktor. Das ist weir da. Oh, dieses is Böder. Geht zu. Was? Warte. Was ist mit dem Rollstuhl passiert? Das ist doch das gleiche Zimmer, nur dass hier alles zu ist und da drüben ist alles offen. Okay, ich muss eine von ihnen zur Tür nehmen. Wir nehmen die hier. Er wollte schlank laufen. Da wollte ich schlank laufen. Du Idiot. Sie hat es schon wieder getan. Ja, vorhin habe ich noch ein paar ihrer Kritiken und der kleine Zettel an einer meiner jüngsten Arbeiten geklebt. Die beleidigendste, hasserfüllste Kacke, die ich jemals über meine Arbeit gelesen habe. Äh... Weg hier. Alter, leck mich doch. Ach... Jetzt auf jeden Fall geht die Tür auf, ja? Uaaaah! Ah... Ihr seht es nicht. Ich sitze hier mit Gänsehaut. Ich sitze hier mit Gänsehaut. So. Oh... Keiner da? Geh weg! Geh weg! Geh weg! Puh! Was auch immer das gerade war. Heute morgen habe ich diese kleine Kollektion leerer Flaschen gefunden. Ich habe heftig darauf reagiert. Ich weiß, dass es für ihn ebenso schwierig ist. Aber er sollte es verdammt nochmal besser wissen. Mit einem kleinen Kind im Haus. Das ist einfach unverantwortlich. Ja... Deswegen... Trinke ich kein Alkohol. Schon allein, weil man das Geld für seine Kinder ausgeben kann. Was? Was? Entfesseln Sie... Entfesseln Sie Ihre innere Schönheit und mit dem neuen Glamour Fashion Max... ... Interessiert mich nicht. Was? 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 Was. 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 Okay. Das geht jetzt noch alles in Ordnung hinter mir. Keine Ahnung wer das ist. die gehen nicht auf die auch nicht prothesen diebe nimmer satt bastarde kann mir keine neue kaufen um das beschissene bein was Was? Was hat es schrittwärts angehört? Okay, er hat Blut genommen. Okay. Okay. Okay, das brauchen wir uns nicht angucken. Okay. Sieht aus wie eine Höhle und ein Baum oder so. Okay, das war das Blut. Ja, dann war es das aber auch schon mit der Folge. Ich hoffe es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen da oben da. Lasst Kommentare da. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann bleibt uns spannend. Genießt den Tag und Bye Bye.